Ja, schau mal, ich habe hier einen Lost Place gefunden. Wahnsinn, he? Mit einem alten V-Bus. Mit einem alten Lieferwagen. Da hat noch Material drin, wahrscheinlich. Der ist noch gefüllt, da hat noch ein Bübelschloss. Und nebendran steht einfach noch so ein Maserati-Biturbo. Quattro Porte. Quattro Porte. Die Maserati. Aus den 80er Jahren. Da steht viele Jahre schon da. Wenn man so einen Unterstand wenigstens. Und er läuft vielleicht sogar noch. Allein da, Mutti. Hey, das ist spannend, he? Ich kann gar nicht zu näher runterlaufen, aber... Ja, das ist schon ewig lang da. Schau mal, da steht drauf. Aber richtig schöne, braune Leder drinnen. Das war der, der das EIS hinten hatte. Da musste ich in zwei Jahren fahren. Und jetzt... Ja? Das EIS hat da hinten zum Schalten? Das ist ein Automat. Oh, okay. Ja, genau. Ja, genau.